Ich grüße Samurai und die Bloods, die vor uns gezinst haben. Weiß, ohne Schatz. Warum hat er eine Finger für so? Dickie! Du, das ist Dickie, ich liebe dich doch! Ich küsse dein Herz, Dickie. Jetzt mal ganz kurz, seid ihr unsinnig oder unsinnig? Warte mal. Der Medik besitzt eine Langwaffe. Hallo, der Medik besitzt eine Langwaffe. Hallo, seit wann darf ein Medik eine Langwaffe besitzen? Hallo, ich erkläre es doch. Sie lassen jetzt den Medikiner laufen, obwohl er eine Langwaffe hat. Und wenn ich eine Langwaffe hat, ich werde eingebautet. Normal, Digga. Ich hab Hunger, darf ich was essen? Mach doch. Na ja, geht ja nicht. Ich kann ja nicht zweifeln. Ich bin ja gefesselt. Woher raus? Ich hab euch so verarscht. Warum? Ihr erlaubt es doch, oder euch verarschen? Ich muss nicht essen. Okay, mach ihn wieder rein. Wenn ich einen Mechaniker oder Medik erschießen kann, wenn der Arzt dumm ist, dann erschieß ich den. Hey Bruder! Der hat bei mir keine Arme. Jawohl, ich hasse es. Ja, ganz einfach. Wenn du startest, f*** ich dich, Digga. Was ist denn, du bist doch jemand? Nee, schon mal auf den Knie. Ja, mach mal. Nein. Seid ihr so'n gestartet? Ja, ich gucke auch Beatsch, ne? Doch, geht ja mal rein. Wow! Was finde ich das? Ja, traut dich. Und zwar... Ich würde mal gerne schnell zum Bankautomaten. Und zwar... Ich suche... Ja, was ist das? Wir können kurz 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 kurz... Wir haben mir gerade immer einen guten Motor einlaufen. Dicki? Nicht zu leicht. Das verdammte Scheiße, ey. Warum? Weil die Mechanik zweifeln. Ciao, Bruder. Ciao. Digga. Ah, das ist nicht alles. Ah, doch, hier ist doch mein Vater hier. Oh mein Gott, verdammte Scheiße. Ach, die Scheiße. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Oh Mann, ja, das ist mein Sohn. Ja, ja. Verdammte Scheiße. Du bist aber auch wirklich ein Strahler. Also, wenn du sagst, kannst du immer am Telefon kommen in die Hut, Alter. Du bewegst dich ein Millimeter in die Seite. Aber ihr hattet... Ihr hattet auch... Ace, habe ich dir erlaubt, dass ich hier eine Respektschille für dir geben kann? Nein. Das mache ich schon selber. Aber das wird dann auch die Respektschille der Schlagschock-Akt a la PD. Ja, okay. Wobei, die Taschenlampe, damit du so ein Over-Duck-Flick-Flack machst, wenn ich dir so einen Tock-Up gebe, das wäre auch korrekt, Alter. Ace, warum bist du weiß? Hä? Du bist bei mir weiß. Hä, warum bist du weiß, Alter? Ja, bin ja auch. Hurra! Was sagt jetzt dein Vater, dass er weiß ist? Hurra! Verdammte Scheiße. Ich habe eine Libanesische Großfamilie hinter mir. Hinter dir sehe ich keinen. Ich kann die alle holen. Außer mein Schwanz gleich hier. Du bist denn auch 200 Mann? Wenn ich die hole, ist zu duster hier. Bist du dir sicher? Natürlich. Wenn ich 300 Mann hole, was dann? Dann hole ich 400 Mann. Wenn ich 500 hole? Dann hole ich immer einmal mehr. Und was, wenn ich zweimal mehr hole? Hm, was jetzt verdammt? Das geht ja nicht. Wenn du zweimal holst, kann ich ja immer mit dem 1 ein mehr holen. Ja, aber dann komme ich nochmal mit dem 2. Was jetzt? Ja, dann muss ich immer einen dazu setzen. Ja, dann setze ich nochmal 2 dazu. Siehst du, habe ich dich gefickt? Nee, hast du nichts, weil das geht ja nicht auf. Doch, ich... Nein, nein. Wenn du 2 dazu holst, muss ich immer einen dazu setzen. Nein, dann setze ich 2 dazu, verdammt. Ja, und ich muss immer einen dazu setzen. Ja, und ich setze meinen Schwanz drauf, verdammte Scheiße, Mann. Der wird dir dann abgeschnitten. Wie abgeschnitten? Willst du den sehen, oder wie? Scheiß mal. Außer. Scheiß mal. Wie scheiß mal hier, Boxer Schwarz hat mir deine Mutter geschenkt, Mann. Der ist aber klein, je, der ist aber klein. Wie, der ist klein, Mann. Der ist ja übelst klein. Frag doch, äh, deine Mutter, komm. Hier, jetzt habt ihr einen 30 Meter Schwanz. Ich sehe da nicht mal was, oh mein Gott. Verdammt, Mann, das ist 30 Zentimeter. Verdammt, 30 Zentimeter nach innen vielleicht. Na, bei dir sieht man ja auch nichts. Ich bin Sicky King und ein Ehrenmann. Sicky Schwanz, Mann. Ja, Wieso denn das? Was soll denn das? Oh, hohohohoho. Hä? 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 Ich hab nichts gemacht. Oh. Alles ist hier passiert. Hilfe. Hä? Ich hab nichts gemacht. Hä? Hä,ja. Kommt. Stop. oh wer tanzt ich höre auf alles Schabie man dann ist das das nehmann wo ist das wo das nehmann WAS? wo ist das nehmann das nehmann hat die Waffe echt, ja? ja, deswegen sucht dein Kollege den jetzt so will die waffe irgendjemanden gibt da ist das nehmann da ist das nehmann ah geh weg hier Missanica geh weg der Missanica kommen sie kommen sie Herr Missanica Herr Mediziner bitte 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 schnell nehmen sie ihn auf Herr Mediziner Herr Mediziner hallo der muss der muss der start hier vor mir ich hab ihn außer sehen eine rüber gedonnert wo ist den Schneemann eine rüber gedonnert aber gibst du den guten denn eine Herr Mediziner ich tut mir so leid was ist passiert ich hab das außer sehen mit meiner Tassenampe Digger gib die Waffe komm komm nerv mich doch einfach nicht gib mir die Waffe hallo Digger schau doch in dein Inventar du Bastard ich hab das nicht ach Junge seid ihr inkompetent wie inkompetent dieser ich hab die Aune das ist nur ein Spiel du scheiß Idiot man wie kann man ein Rollenspiel ernst nehmen Alter riecht mich diese Spiele wie kann man ein Rollenspiel so ernst nehmen ich hab die Aune ich hab die Aune ja merk ich das ist peinlich eine Sache woher willst du wissen wem du die Waffe gibst warum fragst du nicht nach wem du sie geben sollst das juckt mich doch nicht ja siehste also das juckt mich jetzt auch nicht dass du ihr liebst der kann re-connect dich jetzt re-connect du bist ja ein richtiger Held jetzt mal im Ernst abgesehen scheiß mal auf die Waffe hat die einer von euch bekommen ich schwöre nein doch ich hab tatsächlich überschrieben ausgeigen wer hat neuesten Ars das hilft wohl von mir wer hat neuesten Ars was für neuesten Ars hast du mir gerade gesagt was die Dame da drüben neuesten Ars hat oder was wie diese Arne ja er hat gesagt sie haben den neuesten Ars ich hab ihr gesagt wer hat euch verast er hat gesagt sie haben den neuesten Ars ich schwöre hätte mir das nicht gefallen lassen momen frisst du eines wie ich habe es hier erlaubt was war so lange hast du mich hier eigentlich vor du warst nicht rufen von mir wo ist mein Kollege sie graben da irgendwelche Frauen und das ist nicht korrekt im drüben was will diese Hose von mir ich schicke Devo Mutter hat gegrünen